hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen kanal ich habe euch ja angekündigt dass die der erste kleine überraschungsklip um 19 uhr kommt ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher ob ich das wirklich möchte ich bin gerade vorne wieder mal ins mikro gekommen wir sehen hier die kitchen demo wir sind der wunderbaren kütze kütze ach du scheiße oh gott ich hoffe ich bin laut genug weil ich jetzt nicht weiß wie war ich am mikrofon bin ich sehe ja nichts ach du scheiße wisst ihr was das schlimmste ist wenn man es auch noch spielt wenn es draußen dunkel ist hier ein bisschen aufgeräumt würde ich mal meinen da vorne haben wir diesen typen liegen den kann kenne ich noch als ich habe natürlich damals die ganzen kitchen demos geschaut bei den anderen aber ich kann mich nur noch an diesen typen da unten erinnern und dass wir glaube ich nur auf diesem stuhl hier sitzen ich habe jetzt aber wir haben sogar nicht schulter gut haben schulter und hände aber wir sind recht klein oder recht klein ich verstehe es gar nicht ja ich würde sagen wir starten einfach mal bevor wir starten will ich euch mal da drüben seht ihr das diese tasse erkennt ihr diese tasse diese tasse erinnert mich an die tasse von lady dimitres kütze ist das u jetzt eigentlich stumm ja und das mit der schulter das macht mich wahnsinnig also die die möbel sehen ein bisschen aus wie wie pappteile würde ich mal sagen ja gut lange rede kurzer sinn wir starten jetzt mal leider die kittchen was ist jetzt was soll ich tun hallo controller ich weiß nicht was ich tun soll ich irgendwas drücken ich bete zu gott ich bete zu gott aber ich soll tatsächlich zu gott beten oder was was ist denn mit dem da geht er jetzt auf gott ja ich bin mit dir hier jetzt machen wir nicht so ein der macht mir schon angst das stücken mit dem nicht nein schmeiß doch nicht alles oben hier mach mir das bitte dahinten da ist mia ist das widerlich okay gut das war klar was das jetzt können wir bitte gehen nein nein ist das widerlich ist das widerlich also und jetzt zurück oder hallo kommt sie jetzt zurück oder hallo Das ist eigentlich nur ein wunderschöner Kopf, würde ich mal meinen. Hallo? Hallo? Oh Gott. Nein. Hallo? Hallo? Wo ist diese? Kommt sie nicht mehr vor? Was macht denn die? Nein. Wo ist die? Wo ist die? Ah! Hahaha! Ah! Ähm. Ja, danke fürs Spielen. Der Traum hat gerade erst begonnen. Der Horror geht weiter in Resident Evil 7, Biohazard. Ähm, ja. Ja, ich würde mal sagen, wir sind am Ende der Demo. Ähm. Ich habe erst gedacht, das ist ja eine halbe Stunde. Ich habe dann überall gesehen, dass es nur zwischen vier und fünf Minuten waren. Es reicht völlig, muss ich sagen. Ähm. Ähm, das Interessante ist aber, dass ich am Anfang echt noch gedacht habe, ich könnte das tatsächlich spielen. Vielleicht versuche ich es irgendwann mal, ähm, anzuspielen, wenn es irgendwie im Angebot ist in VR. Ähm. Ähm, ja. Ähm, ich würde nämlich gerne mal sehen, wie das wirklich ist, wenn man läuft. Aber ich kann es mir jetzt nicht so, äh, Options-Taste gedrückt, um die Bildschirmposition zurückzusetzen. Was? Ähm, ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, sagt man da, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, ich hatte Spaß, mein Herz rennt. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Spielen, danke fürs Zuschauen, vielen Dank. Ähm, wir hatten es jetzt eben 19 Uhr, 20 Uhr kommt wie immer Outriders. Ähm, 21 Uhr habe ich was anderes Kleines für euch vorbereitet, weil ja der Stream heute ausfällt. Morgen 20 Uhr, also gegen 20 Uhr beginnt dann der Stream mit dem neuen Spielchen. Ähm, ich nehme das hier heute am 29.04. auf, deswegen weiß ich noch nicht, welches Spielchen gewonnen hat. Ja, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, auf Wiedersehen, gute Nacht, oder viel Spaß am Freitagabend noch. Also, ich muss jetzt auch noch ein bisschen wach bleiben, sonst kriege ich halt Träume. Äh, ja. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, auf Wiedersehen, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.